Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen Kurzvideo. Ja, heute ist das Thema der Wochenrückblick von Woche 2. Und zwar habe ich, ja, in der letzten Woche insgesamt, das waren jetzt 4 cm am Bauch insgesamt abgenommen. Die anderen Maßen haben sich nicht verändert. Ja, diese Woche oder, ja, beziehungsweise jetzt die nächste Woche werde ich euch noch andere Gerichte vorstellen. Ja, da kommt jetzt ein bisschen mehr Abwechslung rein, auch was mit Kartoffeln. Dann zeige ich euch auch noch, wie ich Wraps mache. Ja, und, ja, das, und zeige euch dann auch noch einige andere Übungen, die ich mache. Also ich mache die Übungen nicht alle hintereinander. Ich variiere da immer so ziemlich, also dass ich den einen Tag Arme mache. Dann mache ich was für die Beine. Für den Bauch mache ich jeden Tag immer was. Aber das, ja, werde ich euch in, ja, zukünftigen Videos dann auch nochmal zeigen, was ich denn alles so mache. Ja, okay, das war es dann jetzt auch schon mit meinem Kurzvideo heute. Ja, dann wünsche ich euch noch einen guten Wochenstart, ne? Bis dann. Ciao. Ciao.